Guten Morgen, ich bin der Dieter, ich bin Verwaltungsbeamter und stehe hier, weil ich der Meinung bin, dass wir gerade in der Pandemie im öffentlichen Dienst einen sehr guten Job gemacht haben und deswegen kämpfe ich um 5% mehr Gehalt und mindestens 150 Euro. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle so denkt und wir da vorwärts kommen. Danke.